Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind hier in der Braugsiepe Goldschmiede Manufaktur. Mein Name ist Anna Schneider, geborene Braugsiepe. Heute ist Julia bei mir zu Gast und wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich auch einen Termin vereinbaren bei mir, euch alle Schmuckstücke anschauen. Ich habe natürlich immer Zeit oder mein ganzes Team hat Zeit für euch und jetzt gucken wir mal, was Julia sich so wünscht. Hi, Julia hat ganz viele Wünsche. Julia hat ganz viele Wünsche. Ja, ich habe ja schon geschaut. Ich schlaue ja schon ein bisschen um diese Kreuze, die du hast rum. Ich brauche was Schönes für den Hals, was ein bisschen mehr Ausdruck hat. Ich möchte nicht was ganz Feines, sondern ein bisschen mehr. Und da habe ich einmal diese Kreuze und dann hast du dieses Runde, was ein bisschen aussieht wie ein Donut. Also auf jeden Fall Halsschmuck. Halsschmuck und mehr ist mehr. Mehr ist mehr. Okay, also darf mit Brillanten sein? Gerne. Gut. Und nicht zu zart. Rotgold? Gern bitte. Super. Asia, kannst du mir den Rotgold Donut bringen, bitte mit Brillanten, wo die eine Seite clean ist und die andere Seite voller Brillanten? Ja. Genau. Den finde ich. Wir legen den mal an. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Ja, der ist schön. Danke Asia. Genau, perfekt. Wenn du die Haare einmal hältst, ist super. So, und? Da wird dir direkt ganz heiß, ne? Komm, wir gehen mal vor den Spiegel. Boah, sieht super aus. Stark. Ich wusste es. Ich wusste es. Das ist ein so wunderschönes Ding. Der hat so die Masse, die er haben soll, ne? Also die, die, ne? Ich möchte halt nicht so was ganz filigranes. Das bin ich einfach nicht. Sondern ich hab's halt gerne, wenn da so ein bisschen mehr, auch wenn das ein bisschen Gewicht hat, ne? Mit dem Lederbänzel. Und ich find's halt mega cool, dass ich ihn so rumtragen kann. Finde ich auch. Also der Entwurf ist, das ist jetzt mal neues Design, das ist jetzt der, also manche sagen Bagel, wir sagen Donut, ist halt ne? Ein tolles Schmuckstück. Und die Brillanten sind so ein bisschen so wie Mandelsplitter oben drauf. Also es garniert mit Mandelsplittern. Puderzucker. Puderzucker ist auch nett. Ich finde, der sieht aus wie gezuckert, wenn es ein Donut ist. Ich kann dir mal ein Seidentuch dran machen, wenn du möchtest. Dann hast du noch mal einen anderen Look vielleicht. Können wir es mal ausprobieren. Ja, super. Also ich finde die Proportion von dem Bagel auch mega, mega, oder von dem Donut mega, mega cool. Ist halt total kompakt, sehr dick, materialstark und klar, ein gewisses Gewicht. Und du kannst halt beides, ne? Wenn es so, siehst du ja auch gar nicht das Rotgold. Da kann ich es auch mit Weißgold Platy tragen. Und die Pavé-Fläche sieht fast aus wie Weißmoor, genau. Ganz wunderschön. Asia, kannst du mir einmal ein Seidentuch bringen, bitte? Dann kann ich es direkt mal, ja, dank dir, direkt mal zeigen, wie das im anderen Style aussehen kann. So, was sagt Asia? Tauchen. Das heißt, von oben rein tauchen, damit es dann auch richtig rumliegt. Stimmt das? Ja, stimmt. Oh, guck mal. Sehr gut. Dann kriegst du noch mal deine Haare. Ja, genau. Du kannst es auch am Strand tragen. Ist halt so ziemlich lässig. Und zur Abendveranstaltung kannst du dann natürlich zum kleinen Schwarzen auch mit Brillanten oder jetzt so Jeans. Du hast zerfetzte Jeans an und dazu dann einfach ein edles Schmuckstück. Also wunderschön. Absolut sensationell. Oh, ist ja schön. Magst du am Seidentuch auch? Superschön. Superschön. Und vor allem, da kannst du natürlich auch alle Farben nehmen. Also entweder, dass man es in Grau oder Orange. Ich mag ja dieses, du hast dieses eine Tuch, habe ich von dir in Orange. MS Orange, ne? Und das hier mit dem Rotgold. Perfekt. Perfekt. Steht dir auch total gut. Wunderschön. Wunderschön ist das. Witzig ist, dass es in der Mitte halt hohl ist. Ich finde es sogar ein bisschen kürzer dann. Echt, ne? Ich finde es lang cool. Mach einmal bitte kurz. Aber lang ist ein Ticken lässiger. Eigentlich passt der Look besser zu dir. Aber kann man natürlich auch jederzeit verändern, ne? Auch die Leder können wir ja immer auf jedes Maß anfertigen. Warte mal, jetzt. Nicht, dass ich dich hier... Nö, ist ja nicht schlecht. Alles gut. Na, ich fand lang besser. Ja, ich glaube, ich auch. Ticken lässiger, ne? Ticken lässiger. Geht auch, aber ein Ticken lässiger. Also ein bisschen was für ein Halsband, wenn ich so kurz mache, ne? Ja, genau. Ich fand es auch länger. Länger war besser. Bisschen cooler. Sehr schön. Wunderschön. Vielleicht kannst du mir trotzdem die beiden Kreuze nochmal zeigen? Ja. Mit oder ohne Glitzer? Oder willst du mal beide anlegen? Ich würde jetzt auch nochmal beides, glaube ich. Ja? Aber nee, am besten ist eigentlich das so und so. Also mit Brillanten, dann kannst du so und so tragen. Genau, ich drehe das ja gerne, wenn ich beides tragen kann. Das Kreuz geben bitte, beziehungsweise der goldene Schnitt. Die Proportionen sind ja, zeige ich dir einmal. Guck mal hier. Also für Blondinen ist es ein Kreuz? Ja. Also ein Kreuz wäre so und so ist halt ein goldener Schnitt. Ein Drittel, zwei Drittel. Aber man kann natürlich gerne Kreuz dazu sagen, was auch total cool ist. So, jetzt schauen wir mal. Boah, ist das schön. Boah, ist das schön. Boah, ist das schön. Das meine ich. Muss halt die richtigen Proportionen haben. Muss denn? Super. Sieht echt toll aus. Ja, auch so diagonal finde ich auch cool. Also es muss gar nicht gerade liegen. Es kann auch ruhig diagonal liegen. Sowohl so als auch so. Toll. Perfekt. Ja. Ist ganz anders als der Donut, ne? Kann man gar nicht vergleichen. Ich weiß gar nicht, was ich schöner finde. Ich finde dieses Runde von der Formsprache total cool. Ich finde den goldenen Schnitt mega. Machst du einmal ein Foto von mir bitte? Ja, gerne. So und einmal so? Beide Seiten oder meinst du einmal so? Kannst du einmal umdrehen, dann kann ich die Brillanten... Wir machen es mal akkurat hier, ne? Aber bitte. Schön lachen. Das war nicht frech. So wie ich bin, ne? Ja, warte, warte, warte. Einmal ohne. Einmal ohne. Das mag ich ja sehr, dass ich es so und so tragen kann. Ja, genau. Das machen wir ganz häufig. Und cool ist auch der Style mit deiner Platinkette dazu, mit den kleinen Diamanten. Das kannst du eigentlich genau schon so anlassen. Warte, ich mache auch nur mal den Hals. Stark. Sieht super aus. Ganz, ganz toll. Danke. Ja, dann überlegen wir mal, wo die Reise hingeht, Julia. Ob du das besser findest oder ob das Kreuz den goldenen Schnitt besser findest, können wir nochmal in Ruhe überlegen. Ich sage mal vielen Dank und euch auch vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, dass euch das gefallen hat, die kleine Reise mit den Schmuckstücken hier. Und wenn ihr Zeit und Lust habt, dann schaltet wieder ein oder kommt mich besuchen hier. Dann berate ich euch gerne und zeige euch noch, was wir sonst noch in den Vitrinen haben. Euch noch einen tollen Tag. Bleibt gesund. Und eure Brauxime Goldschmiedemanufaktur. Tschüss. Musik 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 Musik